welches verkehrs zeichen bezieht sich auf die zulässige gesamtmasse um diese verkehrs zeichen nicht mehr zu verwechseln gebe ich dir später einen kleinen trick mit auf den weg also schau dir das video bis zum ende an hallo und herzlich willkommen auf meinem youtube kanal 2019 auch wieder mit dabei und motivierter denn je begleite mich auf meinem weg bis zur führerschein prüfung wir werden alle fragen die in der führerschein prüfung drankommen können gemeinsam durchgehen und ich werde sie dir ganz genau erklären da viele von euch mich darauf angesprochen haben die videos nicht länger zu machen habe ich mir überlegt die videos jetzt 30 minuten lang zu drehen um keine videos mehr zu verpassen kannst du gerne den kanal hier kostenlos abonnieren und wir fangen direkt an mit der ersten frage wegen einer technischen änderung an ihrem fahrzeug ist eine begutachtung erfolgt wozu sind sie verpflichtet also sprich du kaufst du zum beispiel neue felgen für dein fahrzeug jetzt gibt es zwei möglichkeiten entweder du lässt die felgen eintragen vom tüv da muss ein einer vom tüv eine probefahrt unternehmen um zu sehen ob da alles in ordnung ist mit den felgen ob die nicht irgendwo im radkasten scheuern oder ob die nicht zu groß sind oder du besorgst dir eine sogenannte abe eine allgemeine betriebserlaubnis bei der abe ist darauf zu achten dass die felgen auch für das fahrzeug eingetragen sind für welches du es kaufst also sprich du kopf der felgen für ein 3er bmw da muss in der abe auch drin stehen dass die felgen natürlich für ein 3er bmw sind das ist wichtig die legst du dir ins handschuhfach und falls die polizei dich mal aufhalten sollte und fragt sind die felgen überhaupt eingetragen dann kannst du sagen nein aber ich habe hier die abe zu den felgen und dementsprechend musst du ich muss das gut achten oder die bestätigung mitführen und gegebenenfalls die zulassungsbescheinigung teil 1 berichtigen lassen genau das ist der fahrzeugschein die zulassungsbescheinigung teil 1 und da wird dann auch die felge eventuell eingetragen wenn du sie beim tüv vorführst ansonsten wie gesagt reicht die abe die du mitführen muss ich muss das gut achten oder die bestätigung an der dafür vorgesehenen stelle in der zulassungsbescheinigung teil 2 einkleben also eingeklebt wird ja schon mal gar nichts ich muss das gut achten oder die bestätigung dem fahrzeug hersteller übersenden nein das musst du auch nicht der fahrzeug hersteller dem data mit nichts zu tun wer darf ein mobiltelefon ohne freisprecheinrichtung während der fahrt nicht benutzen fahrzeugführer von pkws fahrzeugführer von krafträdern fahrzeugführer von lkws gut da kreuzte also erstmal musst du aufpassen du fährst nämlich etwas schneller als der blaue geländewagen hier links neben uns und da wir uns anscheinend auf einer autobahn befinden darfst du ja rechts nicht schneller fahren als links also sprich du würdest ja den blauen überholen wenn du so weiterfahren würdest das darfst du schon mal nicht machen gutes ist einer auf die autobahn drauf gefahren aber ich denke mal die frage wird sich eher um den blauen pkw handeln welches verhalten ist richtig ich behalte die geschwindigkeit bei und wechsle auf den rechten fahrstreifen nein aus zwei gründen rechts neben dir fährt ein fahrzeug und wenn die geschwindigkeit bei behält dann würdest du ja wie gesagt den blauen überholen und das ist verboten also es führt zum sofortigen nicht bestehender prüfung ich behalte die geschwindigkeit bei und bleibe auf dem mittleren fahrstreifen auf gar keinen fall ich reduziere die geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren fahrstreifen jetzt ist die frage wie stark du die geschwindigkeit reduzierst aber natürlich ist die antwort hier richtig wenn du sie so stark reduzierst dass du langsamer als der lkw rechts neben uns fährst dann haben wir natürlich auch ein problem aber du musst auf jeden fall langsamer als der blaue fahren eine verzwickte situation aber in der praxis ist eigentlich gar nicht mal so wild wie gesagt du darfst einfach nur nicht rechts überholen wozu kann langes fahren mit höherer geschwindigkeit führen es wird zu dicht aufgefahren ja das gefühl für die geschwindigkeit lässt nach richtig die reaktionsbereitschaft nimmt zu quatsch also wenn du von der autobahn runter fährst sagen wir du fest ist ein zwei stunden autobahn 150 zum beispiel und fährst dann von der autobahn runter also auf den verzögerungsstreifen und danach kommt eine kurve dann bremst du zwar schon so ein bisschen ab und denkst du so war du stehst ja schon fast da fühlt sich an wie 30 kmh und dann schaust du auf den tacho dann hast du noch 80 drauf und 80 ist natürlich für die kurve viel zu schnell also da gewöhnt sich dein körper einfach an diese hohe geschwindigkeit und es ist kann sehr gefährlich sein dementsprechend wenn du auf den verzögerungsstreifen fährst immer noch mal ein blick auf den tacho werfen gut der von hinten wird uns wahrscheinlich gleich drängen und du machst jetzt folgendes du setzt die jetzt den blinker rechts und bleibst einfach ganz cool und überholst noch den blauen in aller ruhe was du nicht tun solltest ist bremsen die geschwindigkeit erhöhen oder versuchen dich da jetzt rechts rein zu quetschen ich überhole den blauen pkw und wechsle dann in den mittleren fahrstreifen genau das machst du und wie gesagt ich würde auch jetzt schon den blinker rechts setzen damit der hintermann auch schon bescheid weiß okay du hast ihn wahrgenommen ich fordere den nachfolgenden durch leichtes bremsen auf mehr abstand herzustellen ich überhole den roten transporter und wechsle dann in den mittleren fahrstreifen nein da wird auch zu wenig platz sein also nach dem blauen ist ja alles wunderbar und du überholst den blauen noch übrigens kannst du einen fahrstreifen wechsel machen wenn du den blauen dann komplett im innenspiegel sehen kannst dann hast du nämlich genügend abstand zu dem sie haben ein zugelassenes fahrzeug erworben was müssen sie tun der zulassungsbehörde einen versicherungsnachweis vorlegen unverzüglich umschreiben lassen du musst das fahrzeug unverzüglich umschreiben lassen der zulassungsbehörde einen versicherungsnachweis vorlegen korrekt das fahrzeug muss auch versichert werden was müssen sie tun wenn sie sich diesem verkehrszeichen nähern geschwindigkeit erhöhen geschwindigkeit verringern durch schnelle lenkbewegungen den unebenheiten ausweichen ja also geschwindigkeit verringern ist meist immer die richtige antwort sie sind durch eine gefahren bremsung nur knapp einem verkehrsunfall entgangen ihre hände und knie zittern ihr fahrziel ist noch weit entfernt was sollten sie tun ich fahre vorsichtig bis zur nächsten haltemöglichkeit weiter um mich dort zu beruhigen ich fahre vorsichtig bis zu meinem fahrziel weiter um mich dort in ruhe zu erholen also das kann teilweise echt heftig sein jetzt also mir ist es mal passiert oder ich merke das wenn mir einer hinten drauf fährt das kommt bei der fahrschule leider relativ häufig vor dann hat man echt irgendwie so dann ist man für die ersten paar sekunden so richtig paralysiert erst mal jetzt gar gar nicht allein mal von dem von dem aufprall selber sondern einfach nur ja du rechnest halt in dem moment nicht damit und das ist jetzt schon ein bisschen kräftiger als wenn da einer im autoscooter rein fährt oder sowas also wenn dein fahrzeug zum beispiel du stehst an der ampel und die ampel wird grün fahrschüler versucht loszufahren und der hintermann der es ist ist einfach direkt reingefahren und dann habe ich ihn gefragt ja entschuldigung aber warum sind sie denn unser stehendes auto reingefahren der fahrschüler hat halt noch eine sekunde länger gebraucht dann hat er mir im ernst gesagt dass sein das ist mit so einem transporter gefahren mit so einem vw bus und hat mir gesagt dass sein kind hinten auf den sitzen nach nach wasser gefragt hat und dann hat er ihm die wasserflasche nach hinten gereicht und währenddessen gas gegeben ja und es war vielleicht eine aufprall mit 567 km h also sprich schritt geschwindigkeit aber wenn das fahrzeug mit nicht vielleicht 1800 oder 2000 kilo masse auf entstehen des hindernisses auf dich drauf prallt das ist echt heftig welche auswirkungen kann haschisch konsum haben fehler bei der verarbeitung von informationen können zunehmen fehleinschätzungen von geschwindigkeit und entfernung können eintreten das gefahrenbewusstsein kann abnehmen genau das ist alles richtig wegen tieferlegung ihres pkw ist eine begutachtung erforderlich wann muss diese erfolgen nach aufforderung durch die zulassungsstelle nein das musst du selbstständig machen und verzüglich nach dem umbau ja zusammen mit der nächsten hauptuntersuchung spätestens ein jahr nach umbau alles quatsch also direkt direkt danach wozu führt powersound im auto also sprich laute musik zu fahrfehlern durch ablenkung ja auch bei geschlossenen scheiben werden andere durch lärm belästigt signale des übrigen verkehrs insbesondere martinshorn werden nicht gehört auch richtig auf einer autobahn mit drei fahrstreifen hat sich ein stau gebildet wo ist die gasse für rettungsfahrzeuge zu bilden zwischen dem linken und dem mittleren fahrstreifen das ist immer die richtige antwort möglichkeit alles anderes quatsch worauf weist dieses verkehrszeichen hin auf ein verbot schneller als 60 kilometer pro stunde zu fahren auf das ende der geschwindigkeitsbeschränkung auf den anfang der geschwindigkeitsbeschränkung genau hiermit sind die 60 aufgehoben achtung da gibt es verschiedene verkehrszeichen einmal mit den 60 in der mitte und einmal ohne es gibt da zum beispiel auch das zeichen überholverbot das dann auch durchgestrichen ist grau und in dem fall ist es natürlich nur die geschwindigkeit aufgehoben nicht das überholverbot wenn in der mitte nichts drin stehen würde also nur das weiße verkehrszeichen durchgestrichen dann wäre es überholverbot und die geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben nach längerer fahrt mit etwa 120 kilometer pro stunde wollen sie die autobahn verlassen was haben sie dabei zu beachten ja das ist genau das thema was ich ganz am anfang angesprochen habe dein körper hatte ich halt schon so an diese geschwindigkeit gewöhnt ich behalte die geschwindigkeit auf dem ausfädelungsstreifen bei um den nachfolgenden verkehr nicht zu behindern also dieser ausfädelungsstreifen oder sprich verzögerungsstreifen ist ja zum anpassen der geschwindigkeit zum verzögern und nicht um dann mit 120 weiter zu fahren ich beachte die tacho anzeige um die geschwindigkeit nicht zu unterschätzen das ist gut ich blinke rechtzeitig und bremse dann auf dem ausfädelungsstreifen ab um den nachfolgenden verkehr nicht zu behindern damit ist gemeint dass du natürlich nicht auf der autobahn abbremst sondern erst auf dem ausfädelungsstreifen das ist ganz ganz wichtig das sieht man auch ganz oft im straßenverkehr dass die leute schon auf der autobahn bremsen und nicht auf dem dafür vorgesehenen verzögerung oder ausfädelungsstreifen sie möchten überholen was ist richtig ich überhole ich darf überholen na klar und zwar wollen sie wahrscheinlich auf die einseitige fahrstreifen begrenzung hinaus also wir haben hier eine gestrichelte linie und auf der anderen seite ist ja die durchgezogene und die durchgezogene darf man ja im prinzip nicht überfahren das heißt nicht im prinzip also die darfst du nicht überfahren allerdings ist auf unserer seite die gestrichelte sprich wir dürfen den radfahrer überfahren ja das würde ich nicht tun wir dürfen den radfahrer überholen müssen dann aber auch wieder auf unseren fahrstreifen rüber und zum radfahrer musste ja eineinhalb meter abstand einhalten mindestens und dementsprechend werden wir wahrscheinlich auch über die markierung fahren müssen was in dem fall erlaubt ist jetzt drehen wir die ganze situation mal um wenn wir die durchgezogene linie hätten und wir müssten zum überholen des radfahrers den fahrstreifen wechseln also sprich über die linie fahren dann dürften wir nicht überholen ich hoffe das habe ich jetzt einigermaßen rüber gebracht ich darf nur überholen wenn ich dabei im rechten fahrstreifen bleibe genau also das ist in dem fall nicht der nicht notwendig da wäre ja eine durchgezogen keine durchgezogene linie auf unserer straßenseite haben aber gute frage worauf müssen sie sich bei diesem verkehrszeichen einstellen auf flugbetrieb auf seitenwind auf gegenlenken auf seitenwind und auf gegenlenken und zwar kann sowas meist also meistens sieht man das an brücken weil der wind einfach eine bessere fläche hat dort ja also stärkere wind ist und wenn seitenwind kommt dann musst du auch etwas gegenlenken wo ist das wenden verboten auf feld oder waldwegen auf autobahnen auf kraftfahrstraßen gut also wenden so wie wir uns das jetzt vorstellen ist auf autobahn und kraftfahrstraßen verboten natürlich kann man schon auf autobahn und kraftfahrstraßen wenden allerdings muss natürlich die ausfahrt die autobahn bei der nächsten ausfahrt verlassen dann einmal über oder unter der autobahn durchfahren und dann wieder auf die autobahn drauf in den gegengesetz der richtung wie verhalten sie sich im bereich dieser gefahrstrecke hier wieder mit den pfeilen rechts und links am zusatz zeichen dann wissen wir ja schon dass es auf eine länge von drei kilometern gilt langsamer fahren auf wild achten ja na gut abblenden und bremsen wenn wild in sicht kommt genau und wie gesagt mit abblenden ist gemeint dass man das fernlicht ausschaltet und mit abblendlicht weiter fährt nicht vor wild ausweichen wenn der gegenverkehr gefährdet würde das ist auch richtig auf gar keinen fall ausweichen ja das hat sogar nicht mal was mit gegenverkehr zu tun also wenn du damit 100 sachen auf der sagen wir mal mit 80 auf der landstraße fährst und dann taucht zum beispiel ein fuchs auf und du reißt das lenkrad nach links oder nach rechts und den fuchs nicht zusammenzufahren sondern auszuweichen dann kommt dein auto höchstwahrscheinlich ins schleudern und oder du fährst in den wald rein und die bäume werden nicht nachgeben worauf weist dieses verkehrszeichen hin hier beginnt eine zone mit einer vorgeschriebenen mindestgeschwindigkeit von 30 kilometer pro stunde quatsch mindestgeschwindigkeit wäre ja blau hier beginnt eine zone mit einer richtgeschwindigkeit von 30 kilometer pro stunde wäre auch blau und rund mindestgeschwindigkeit ist blau und eckig hier beginnt eine zone mit einer zulässigen höchstgeschwindigkeit von 30 kilometer pro stunde das ist richtig welche folgen kann es haben wenn man unter einwirkung von drogen wie zum beispiel haschisch heroin kokain ein kraftfahrzeug führt anordnung einer medizinisch psychologischen untersuchung ah ja ja das ist eine mpu auf jeden fall geld und oder freiheitsstrafe entzug der fahrerlaubnis oder fahrverbot ja ja das ist alles richtig worauf weist dieses verkehrszeichen hin diese abkürzungen machen mich fertig auf eine autogastankstelle auf eine erdgas tankstelle auf eine wasserstoff tankstelle also wasserstoff ist es nicht weil ja kein haar mit drin steht erdgas oder autogas das ist jetzt die frage mal sehen was das buch dazu schreibt es ist eine erdgas tankstelle gut ich habe noch nie erdgas gedankt von dem her keine ahnung muss gestehen es interessiert mich auch eher weniger aber wir müssen uns das merken erdgas und diese frage wäre natürlich auch markieren weil wir uns auf jeden fall noch mal anschauen werden mal sehen ob wir das beim nächsten mal noch wissen wie verhalten sie sich bei diesem verkehrszeichen sie dürfen nicht nach links weiterfahren sie dürfen nur nach links weiterfahren sie müssen die fahrtrichtungsänderung nach links anzeigen ja und ja wir müssen die fahrtänderung anzeigen also spricht im blinker betätigen fahrzeug von rechts der fährt wahrscheinlich gerade hinter dem lkw ja 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 klar gut dass der gelbe lkw vor mir zum überholen ausscheren wird die frage entschuldigung womit müssen sie in dieser situation rechnen also gelbe lkw ja damit kann man schon rechnen allerdings momentan würde ich eher sagen weniger da zwischen dem gelben und dem weißen lkw noch relativ viel platz ist dass der graue pkw auf dem rechten fahrstreifen bleiben wird das glaube ich eher weniger dass der graue pkw auf den mittleren fahrstreifen wechseln wird ich denke das ist die einzig richtige antwort jetzt habe ich nicht ganz genau darauf geachtet ob der gelbe lkw wesentlich schneller fährt als der weiße aber ich glaube nicht nein und das war richtig worauf weist diese verkehrszeichen kombination hin auf eine fähre auf kanal arbeiten auf eine bewegliche brücke auf eine brücke was müssen sie bei dieser verkehrszeichen kombination beachten wenn ich der vorfahrtstraße folge muss ich links blinken das ist richtig und auch sehr sehr wichtig die fahrt richtung nach links ist vorgeschrieben wenn ich geradeaus weiter fahre muss ich rechts blinken das ist natürlich quatsch wenn du geradeaus fährst dann musst du gar nicht blinken wenn du nach links weiter fährst dann musst du links blinken und das ist verdammt wichtig jetzt gehen wir mal davon aus du möchtest links also die meisten oder manche leute sind der meinung wenn ich der vorfahrtstraße folge dann muss ich nicht blinken weil ich bin ja auf der vorfahrtstraße aber es ist sehr gefährlich wenn es nicht tust weil du hast ja auf der vorfahrtstraße vorfahrt sprich der von der gegenüber von dir und der rechts von dir die müssen beide warten jetzt versetzen wir uns mal in die lage von dem fahrzeug gegenüber von uns wir würden ja so lange warten bis der von der vorfahrtstraße entweder weg ist also bis keiner mehr kommt oder bis er anzeigt dass er rechts beziehungsweise geradeaus an uns vorbeifährt und wenn du da keinen blinker setzt zum links abbiegen auf der vorfahrtstraße zu bleiben dann können wir davon ausgehen dass der geradeaus weiter fährt also sprich ich würde jetzt losfahren und deswegen ist es sehr sehr wichtig dass du da die fahrtrichtungsänderung anzeigst worauf weist dieses verkehrszeichen hin auf eine wasserstofftankstelle auf eine erdgas tankstelle auf eine autogastankstelle so also jetzt bin ich mir ziemlich sicher dass es autogas moment mal also lpg l steht mal würde ich mal raten für liquid wasserstoff soweit ich weiß müsste ein haar drin sein erdgas hatten wir gerade das war cpg und ich gehe mal davon aus dass autogas lpg ist das autogas flüssig das risiko gehen wir jetzt ein tatsächlich also da gibt es drei verschiedene da gibt es drei verschiedene vielleicht kommt ja das andere mit mit dem wasserstoff noch mal sie wollen während des führends eines fahrzeugs telefonieren was ist zu beachten das gespräch kann mich ablenken genau so selbst wenn du eine freisprecheinrichtung verwendest ist das sehr gefährlich die bedienung des telefons kann mich ablenken das telefonieren mit einer freisprecheinrichtung lenkt mich nicht ab was müssen sie beachten wenn sie nach einem langen arbeitstag noch ein fahrzeug führen ich mache weniger fahrfehler ich fahre weniger konzentriert ja das stimmt durchaus ich werde schneller müde das kann natürlich auch vorkommen worauf weisen solche verkehrszeichen hin das wissen wir blau ist ja immer steht ja immer für autobahnen auf die nummer einer autobahn das ist die nummer einer autobahn auf die entfernung bis zur nächsten tankstelle auf die nummer einer europa straße also entfernung bis zur nächsten tankstelle das stimmt nicht nummer der autobahn also normalerweise ist die eigentlich rund europa straße was ist eine europa straße schauen wir mal im buch doch autobahn ja klar nummer der autobahn ziemlich sicher er hat es drunter meinte ich da wo es hier 26 steht nur meine autobahn richtig markieren wichtig welche fahrzeuge dürfen eine so beschilderte straße nicht befahren fahrräder fertig immer das was abgebildet ist was müssen sie bei diesem verkehrszeichen beachten du musst ich darf nur nach links weiterfahren du musst links fahren also links abbiegen und dementsprechend musst du auch ich muss links blinken links blinken genau was müssen sie bei diesem verkehr was ist hier beim parken zu beachten der parkschein muss für kontrollen gut lesbar ausgegeben die auf dem parkschein angegebene parkzeit darf nicht überschritten werden parkschein und parkscheibe sind gleichgestellt nein also wenn er nur parkschein packen darfst dann brauchst du auch einen parkschein es sei denn der automatisch kaputt und es ist in zumutbarer umgebung kein weiterer parkschein automat verfügbar dann darfst du die parkscheibe auslegen dann aber auch nicht länger parken als auf dem parkschein automaten angegeben ist also sprich du darfst die zulässige höchst parkdauer nicht überschreiten sie haben ihr zugelassenes fahrzeug verkauft der käufer hat bezahlt was müssen sie tun die prüfplakette vom amtlichen kennzeichen entfernen nein dem käufer die fahrzeugpapiere fahrzeugschein und fahrzeugbrief oder betriebserlaubnis gegen empfangs bestätigung aushändigen genau richtig was ich jetzt ein bisschen komisch finde ist dass auf einmal von dem fahrzeugschein und dem fahrzeugbrief hier die rede ist und nicht von der zulassungsbescheinigung also noch mal ganz kurz zur erklärung die zulassungsbescheinigung teil 1 und teil 2 ist der fahrzeugschein und der fahrzeugbrief und wenn die polizei dich fragt nach den fahrzeugpapieren dann wollen die von dir die zulassungsbescheinigung teil 1 sprich den fahrzeugschein sehen das ist schwierig Namen und anschrift des käufers unverzüglich der zulassungsstelle mitteilen was ich tun muss sie haben ihr zugelassenes fahrzeug verkauft der käufer hat bezahlt was müssen sie tun nein das muss muss ich Namen und anschrift des käufers unverzüglich der zulassungsstelle mitteilen ja alles klar wie gesagt ich habe noch kein eigenes auto gehabt markieren wir uns natürlich sofort also sprich den kaufvertrag oder also soweit ich das noch im kopf habe musst du wenn du ein fahrzeug verkauft es auf jeden fall abmelden und der der es kauft muss es am selben tag glaube ich sogar noch wieder anmelden wenn er damit fahren möchte auf jeden fall musste das fahrzeug abmelden wenn du es verkauft gut mal wieder ein schandfleck mehr worauf weist diese verkehrszeichen kombination hin die so beschilderte straße darf nur mit schneeketten benutzt werden nein also wenn wir uns das verkehrszeichen mal ganz genau anschauen dann ist es natürlich ein gefahren zeichen dreieckig spitz mit der spitze nach oben die so beschilderte straße darf im winter nicht befahren werden die so beschilderte straße darf von wintersportlern benutzt werden die darf benutzt werden und das warnt uns also dieses verkehrszeichen warnt uns davor die so beschilderte straße darf im winter nicht befahren werden nein sonst würde es ja nicht dastehen mit schneeketten hat das ganze nichts zu tun wie wirkt sich müdigkeit beim fahren aus verzögerte reaktionen richtig eingeschränkte wahrnehmung ja nachlassende aufmerksamkeit natürlich wie verhalten sie sich bei diesem verkehrszeichen so manche meinen ja dass ein fahrstreifen endet das stimmt aber nicht es ist einfach nur eine fahrbahnverengung vor erreichen der verengung immer anhalten bitte nicht nicht mehr überholen geschwindigkeit verringern warum warum ist natürlich immer situationsbedingt also dieses verkehrszeichen sagt verbietet dir weder das überholen noch irgendeine geschwindigkeitsbegrenzung und es sagt ja auch nicht dass du da anhalten musst das ist ja eine beschissene frage also wenn natürlich gegenverkehr kommt dann musst du eventuell anhalten davon ist aber hier nicht die rede nicht mehr überholen warum wenn kein gegenverkehr kommt und ein radfahrer vor mir fährt und die straße breit genug ist und ich 1,5 meter zum radfahrer habe dann darf ich den radfahrer auch überholen und die geschwindigkeit verringern das kommt natürlich auf die situation drauf an wenn ja jetzt viele fahrzeuge auf meinem fahrstreifen sind und die müssen dann gilt ja dieses reißverschluss verfahren einer rechts einer links einer rechts einer links da muss ich natürlich auch die geschwindigkeit verringern aber davon ist ja nirgends die rede ja theorieprüfung ich rate einfach mal ja also ich habe es ja schon mal gesagt ich werde alle fragen die nichts mit der realität zu tun haben zusammenfassen und dann nochmal genau erklären wie du dich dann in der praktischen prüfung beziehungsweise im straßenverkehr verhältst sie fahren mit richtgeschwindigkeit auf der autobahn und möchten diese an der nächsten ausfahrt verlassen wie müssen sie sich verhalten ich setze die geschwindigkeit auf dem ausfädelungsstreifen deutlich herab genau ich setze die geschwindigkeit bereits auf dem rechten fahrstreifen der autobahn deutlich herab das ist sehr gefährlich ich beende überholvorgänge rechtzeitig und das ist auch richtig wenn du die autobahn verlassen möchtest dann ist es unsinnig jetzt nochmal zu überholen also wir haben jetzt hier anscheinend einen stau hinter einer kurve und die gefahr ist natürlich da dass der hintermann das nicht so schnell mitbekommt wie wir und dann ins rein fährt dementsprechend musst du frühzeitig das warnblinklicht anschalten sofort in die spiegel schauen schauen was hinter dir los ist und dann auch dementsprechend bremsen wenn jetzt einer hinter dir fährt ohne abstand dann musst du halt schauen dass du die geschwindigkeit dementsprechend langsam verringerst ich bremse mein fahrzeug ab ja ich fahre in die freie gasse was für eine gasse achso nein nein auf gar keinen fall also die freie gasse damit ist ja die rettungsgasse gemeint und die ist für den rettungswagen da ich schalte das warnblinklicht ein und das machst du bitte zuerst erst warnblinklicht und dann abbremsen wenn es von der zeit her möglich ist was es tun sollte bei aufmerksamer fahrweise wer darf auf dieser straße mit einem kraftfahrzeug fahren wer etwas einkaufen will wer waren liefern muss wer jemanden besuchen will witzig also natürlich nur wer einen lieferschein hat und dementsprechend etwas ausliefern muss wie müssen sie sich bei diesem verkehrszeichen verhalten ich darf nicht auf dem fußgänger überweg zum stehen kommen wenn der verkehr stockt das ist richtig ich muss den fußgängern das überqueren der fahrbahn ermöglichen das ist auch richtig ich muss mit mäßiger geschwindigkeit heranfahren wenn fußgänger die fahrbahn erkennbar überqueren möchten das ist sehr ratsam und natürlich auch richtig denn umso langsamer du auf diesen fußgänger überweg zufährst desto besser für dich denn du machst deine absicht des anhaltens beziehungsweise ja du machst halt deine absicht des anhaltens bemerkbar und die leute gehen dann einfach über die straße und dann entsteht dieser konflikt nicht dass sich die leute einfach nicht trauen über die straße zu gehen weil dann denkst du dir irgendwann ja gut wenn der nicht geht dann fahr halt ich das ist aber blöd weil dann ist natürlich die prüfung vorbei immer ein blick im innen spiegel ganz wichtig der gelbe wird gleich ausscheren ja also das war jetzt so eine situation die ich vorhin angesprochen habe bei dem video als der eine auf die autobahn drauf fuhr und hier sieht man ganz deutlich dass der gelbe lkw schneller fährt als der blaue und dementsprechend gleich zum überholen ausscheren wird obwohl der keinen blinker gesetzt hat und wahrscheinlich nicht mal geschaut hat ziemlich sicher sogar nicht sieht man allein an dem verhalten was er als nächstes vorhat wodurch könnte eine gefährliche situation entstehen durch einen fahrstreifen wechsel des vorausfahrenden pkw pkw welchen pkw durch einen fahrstreifen wechsel des gelben lkw genau durch einen fahrstreifen wechsel des grünen lkw welcher grüne der hinter uns naja okay also natürlich nur der gelbe lkw und jetzt kann folgende situation entstehen fahrer die darauf nicht vorbereitet sind also die wenig erfahrung haben sozusagen die merken das eventuell nicht dass der gelbe lkw jetzt auf den mittleren fahrstreifen rüber möchte und wir haben jetzt zwei möglichkeiten entweder wir ziehen auf den linken fahrstreifen rüber was in der derzeitigen situation sehr sehr unangebracht ist da ja links einer wesentlich schneller fährt als wir oder wir müssen einfach die geschwindigkeit verringern ja und das natürlich am besten bevor so eine situation entsteht so dann kommen wir noch zu einer sehr sehr wichtigen frage die oft verwechselt wird welches verkehrszeichen bezieht sich auf die zulässige gesamtmasse es gibt mehrere fragen zum thema gewichtsklassen jetzt fangen wir an mit dem lehrgewicht das lehrgewicht dafür nehme ich einfach mal diese tasse hier stell dir mal vor du kaufst dir ein neues auto nagelneu da ist nichts drin nur das auto das ist das lehrgewicht gehen wir mal von 1500 kg aus das ist ungefähr das was ein auto wiegt jetzt kannst du ich habe mal hier 500 kg mitgebracht das fahrzeug mit 100 kg der laden jetzt habe ich eine tatsächliche masse von 1600 kg der fahrzeughersteller gibt eine zulässige gesamtmasse von zwei tonnen an das heißt ich darf jetzt hier eine zuladung von 500 kg einladen und habe somit meine zulässige gesamtmasse von zwei tonnen erreicht ich kann natürlich das auto auch mit nur 1000 mit nur 400 kg beladen sprich jetzt habe ich eine tatsächliche masse von 1900 kg so die frage bei diesen beiden verkehrszeichen ist ob es eine tatsächliche masse ist oder eine zulässige gesamtmasse und jetzt merkt dir eins das t für tonnen wenn es in verkehrszeichen drin steht sprich für die tatsächliche masse zum beispiel 1900 wenn es t nicht in dem verkehrszeichen steht sondern im zusatzzeichen dann bezieht sich das ganze immer auf die zulässige gesamtmasse also das was das fahrzeug allgemein höchstens liegen darf jetzt zum beispiel habe ich trotzdem eine zulässige gesamtmasse von 2000 kg weil es immer vom fahrzeughersteller fest vorgegeben ist also du weißt jetzt die tatsächliche masse wäre verkehrszeichen 1 und die zulässige gesamtmasse ist dann dementsprechend das verkehrszeichen nummer 2 alles klar vielen dank fürs zuschauen vergisst dich den kanal kostenlos zu abonnieren damit ihr auch die weiteren videos nicht verpasst und immer auf dem laufenden seit wie gesagt wir gehen alle fragen durch die euch in der theoretischen prüfung begegnen können und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal